Moin Moin und willkommen zurück zu einer weitenden Runde Medal of Honor Pacific Assault, auch benannt Moppa, die Abkürzung Moppa Moppa. Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Wir drücken einfach mal Spielstarten. Die haben uns erzählt, dass Melkin ein Erfolg war. Aber um welchen Preis? Viele gute Männer sind hier gefallen. Eigentlich waren wir nach unserem Einsatz alle urlaubsreif, aber irgendein hohes Tier scheint auf uns aufmerksam geworden zu sein. Also wurden wir nach Guadal-Kanal verlegt. Die 1. Marine-Division war dort schon vor ein paar Wochen gelandet und hatte ein Flugfeld des Gegners erobert. Der Dschungel rund um das Flugfeld ist immer noch hart umkämpft. Tja, und genau das sollen wir ändern. Toll. Und danach jagen wir diese Bastarde von der Insel. Toll. Ganz toll. Voll mir richtig drauf. 28 August 1942. So, na komm. Gunnery Sergeant Minoso, huh? Hör auf damit, Willy. Lass mich in Ruhe. Stimmt genau, Willy. Hast du ein Problem damit? Aber nicht auch Gani. Ich frage mich nur, warum du. Ich meine, jeder hier weiß, dass Tommy der Held der Truppe ist. Halt endlich die Klappe, Willy. Und was ist mit Jimmy? Mal ehrlich, was wären wir ohne einen Doktor, der uns immer wieder zusammenflickt? Oder hey, was ist mit mir? Denk an den Kerl und den Baum, den ich erledigt habe. Alle mal raus! Habe ich mir den Streifen vielleicht selbst verliehen? Oh, ich weiß, wer dir den verliehen hat. Nicht, dass du auf unsere Kosten Karriere machst. Das ist wie mit den Frauen, die dich angeblich so lieben. Oh, du eingebildeter kleiner Mistkerl. Seit der Ausbildung rühr ich mir diesen Mist jetzt schon mal. Wie bitte? Ich habe kein Wort verstanden. Kein Wunder bei dem Lärm hier. Man, ich kann's reden, wir später weiter. Okay, Kumpel? Gott, eins gibt es hier von denen. Also schlimm, echt. So, und was ist mit diesem Schuss? Unsere Ausrüstung darf nichts passieren. Wir nehmen deshalb den langen Weg, damit unsere Flanke gesichert ist. Okay. Niki, du sonnierst das Terrain. Sei vorsichtig, aber beeil dich. Los. Okay, Jungs, das Flugfeld ist ganz in der Nähe. Aber wir sind immer noch im Niemandsland. Das wird kein Spaziergang. Gebt euch gegenseitig Deckung und lasst euch nicht abknallen, okay? Bringen wir's hinter uns. Was sagst du so einfach? Ah, was haben wir eigentlich jetzt alles für Waffen zur Verfügung? Okay, jetzt haben wir die Bar. Ich glaube, sie ist die Bar. Bar, du bar, du bar. Wenn mir die gefällt, muss ich mal schauen. So. Okay, da guckt kein... Oh, das Spiel wird gespeichert. Das war ein sehr schwieriger Abschnitt hier. Was? Ja, komm, dann lasse ich mich gleich umbringen. Was soll das denn, ey? Krass. Neues Missions-Tier. Ah, ha. Komm, verliegen wir mal wieder hier schnell. Alter, Verwalter. Das ist nur ein Kürzer. Äh, tot. Achso. Fängt ja gut an. Okay, also nicht einfach doch... Das ist auch wieder eigentlich... Ja gut, natürlich ist man immer ein bisschen Verzug und das ist, ne? Wir laufen jetzt mal hier dran vorbei an dem Scheiß. Dann hoffen wir, dass sie nicht auf uns schießen. Tun sie nicht. Okay, super. Ähm. Hier kommt man nicht mehr weiter. Oh man, 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 man. Ja. Da kommen sie. Yo. Nur nicht gerade wiederkommen, ne? Los, los, los. Vorwärts. Über uns. Über uns. Wie geht denn über uns? wo ist denn der ober? da kommt der kleine Arsch hin hier verpasst ihm eine Granate lade nach ich sehe einen das ist doch super, dass er einen sieht oh, wo kommt ihr denn jetzt alle her willst du noch einer Alter, die hat noch mal was aus, die Stein. Gar nicht mal so schlecht von denen. So, ihr seid noch am Ballern. Auf den, auf den. So, den ballern wir auch mal weg. Oh, da oben ist noch einer. Zack. Also manchmal klappt das gut und dann macht das Buch. Oh, das arme Schweinchen. Zack, einfach drüber gelaufen. Was? Auf geht's. Frank, verpasst dem Kerner an anders. Ach, schau, feindgesinnte. Hallo. Hallo. Muss doch kurz hier rein. Idiot, wie kann man den denn nur so verstecken? Darauf rumzuzocken. Irritiert. Was? Nehmt den noch Kommen Sie bitte da mal So, ihr macht das schon Ihr geht jetzt mal los und macht die kaputt und ich komm danach Ja, danke, danke Ja, die sind die ganze Zeit hier schon voraus, wo sollen die sonst sein? Ah, Mann, 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 Mann Kluge Kommentare hier, ey, die könnte sonst so hinschieben Wo ist der Kerl hin? Da hinten ist einer Seh ihn Oh, da drüben liegen die geime Pläne, glaub ich Da gehen wir dann mal rüber So, blub Gucken wir erst mal, Leute, da ist ja wieder einer Da ist einer Sack, ne Geht so hoch da So, versteckt Geheime Karte gefunden Sehr schön Was ist das denn hier Pistole? Langu Ne Das wollen wir nicht tauschen Ne, ne Ne So, gehen wir hoch hier Jetzt aber auch nirgends sowas Oh, Moment Ein bisschen Muni wäre jetzt gleich mal verkehrt Da ist ein bisschen was gewesen Na ja, 221 Schuss Na ja, gut Na ja, gut Besser als nix So Andern wir mal weiter hier Da, 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 da Gute Arbeit Raiders Die Japaner können es wohl gar nicht erwarten uns die Insel zu übergeben Was? Ja Sammeln und Munition prüfen Auf zum Flugfeld Gib mir Munition Boah, Arschloch Gib dir mir keine Munition Da kommt was Da kommt was Da kommt was Da kommt was Da kommt Da kommt Oh Wow Seht euch das an Okay Ich schätze wir haben das Flugfeld gefunden Was Jungs? Gibt da nicht einer im LKW drin? Ist das unser Flugfeld? Gibt's hier einen Sergeant Minoso? Ach, das ist von uns Donnery Sergeant Halt die Klappe Willy Ja, das bin ich mal Colonel Hidson erwartet Sie und Ihre Männer drüben in der Pagode Nein Zur Hölle damit Ich verschwinde Ey Kommen Sie sofort zurück Hm Alter Ich will auch einsteigen Achso, F Jo Gummi Boom 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 Schnell, schnell, schnell Was schießen wir auf uns? Was schießen wir auf uns? Was schießen wir auf uns? Festhalten! Haltet die Kampforten! Naja Kampforten halten Das sind doch so viel Wir haben schon gleich weggepustelt Wir haben schon gleich weggepustelt Boah oder wir Boah oder wir Yeah Wusch Ich habe irgendwo her durchs Fallen eine Zung bekommen Cool, cool Da musst du Dafür Kann ich auf das mal so hinfallen? Zurlış komm Jetzt wachen Komm 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 Achso Nun natürlich Deswegen zum Kollegen wir bekommen noch nicht mehr wachen Das ist ja echt und punkten wo liegen wir hier also die spaziergang was jungs zu viert oder mehr alle mann wohl auf ja ja alles klar wir müssen ihre artillerie zerstören los geht's in ihrer artillerie zerstören warum das nicht schon jemand vorgemacht und hat erst einmal angefangen zu bauen wie schuld ist das denn laut der von tommy gefundenen dokumente müsste die artillerie gleich hinter dieser kurve stehen wenn wir uns rechts halten umgehen wir sie vielleicht also ja gut wir machen das wir wollen mit deckung geben wir spacken noch einer wie weit wir hier noch einer das ist immer wieder das gleiche noch einer noch einer war das alles jetzt sehe ich denn aber nicht von hier aus okay noch einer hier das war ja ja gut 42 lebenspunkte und das ist schon wieder her jetzt ich habe dich gesehen zeigt sich so bei kling oho 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 verstehe ich nicht weiß ich was ihr von mir möchtet ach Vielen Dank.